Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rändern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Ihr unterschätzt das immer. Calippo Cola, Beste. Welches Bier nutzt du dafür? Ja, was benutze ich wohl? Weißbier natürlich. Schmeckt sicher gut. Können wir auch mal probieren. Und hier sehen wir ganz live das Drachenfeuer von der Frankenschande. Kann die Haterin mal jemanden bannen, bitte? Ja, sonst kann er nicht weiter sein Eis essen. Hallo, Leute. Los, mach weiter dein Feuerchen. Es ist ja so geil, es ist besser als dein Schwanz, wenigstens, nicht wahr? Ich habe nur eine Ahnung von meinem Schwanz. Ja, jeder hat eine Ahnung von deinem Schwanz. Pass auf, sonst haben wir noch 3% von deinem Leben. Ich werde wieder rausfauen, die Looserin, weil die wieder so ein Vergeltungsgall machen möchte. Oh, redest du immer mit irgendwelchen Leuten, die nicht da sind? Achso, ja, stopp, das tust du ja. Stimmt ja. Weißt du was? Ich gehe freiwillig, weil du kannst mich eh nur bannen. Nee, doch nicht. Tut mir leid. Eigentlich bleibe ich dann doch da. Hä, was geht jetzt ab? Ja, sieht man das nicht? Das Drachenfeuer lodert. Und das Comeback des Drachen ist wieder da, Leute. Ich hoffe, ihr steht schon oder sitzt schon. Je nachdem, weil jetzt wird sich nicht mehr bewegt. Dragon, du musst Leben genießen. Glaubst du, dass ich das nicht genieße? Ich? Ja, Mann. Ich genieße. Hoi, ob das weh. Hoi, ob das weh. Klassiker. Prost, ich trinke jetzt auch ein Bier. Skurr, skurr. Steht die Leibstandarte Rudi Winkler wieder vor der Tür, du fetter Hurensohn? Lieber ein fetter Hurensohn als du. Echt schade eigentlich. Ich hätte ja eigentlich schon einen Besuch gehabt übers Wochenende. Äh, übers Wochenende. Über die Woche, aber... Aber... Was passiert? Naja, ist halt so. Hast du wieder eine Freundin? Nein. Also eigentlich so eine Bekanntschaft. Ich hab aktuell zwei Mädels, hab ich doch schon extra. Achso. Ja, das hab ich wohl nicht mitbekommen. Das hätte ich auch gern. Wie stellst du das denn an, ey? Die wissen voneinander. Kommen die dann immer zu zweit gleich zu Besuch, oder? Unterschiedlich. An meinem Geburtstag wollten wir Dreier machen, aber es hat leider nicht funktioniert. Ja. Ist auch schwierig, weil da die ganzen Leute da sind, ne? Die werden ja gesehen. Damit hat es nichts zu tun. Der Besuch war da, aber nur eine von beiden. Dragon, die denken du laberst. Aber die haben keinen Plan. Die haben gleich keinen Plan. Hast du die über Tinder kennengelernt, oder wie? Wie ich die kennengelernt hab, spielt doch keine Rolle, Alter. Ich bin Obertracker von Eternia, Mann. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal kurz mehr Wasser holen zum Ausmachen von meinem Grill. Bin gleich wieder da. Ja. Lieben Hater. Jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davon kommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt die raus. Das schwör ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann jetzt sein. Ey. Und noch jeder Здhaber. der Techniker. Der hat. Ich war's mitgeift.